ich glaube kerstin wird fies jetzt ja vor allem nur obendrauf ist eigentlich im prinzip ohne gerade linie du kannst ja unten auch die ebene ja den eingang ja kannst du ja durchlaufen macht bestimmt spaß wenn einer mit der tiger vor dir steht dadurch den schmalen gang zu laufen ja ich weiß nicht was ich bei der map gedacht haben da sind gerade freiheitsbekundungen für leute 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 bleibt doch mal ruhig wie war das noch die tiger großkaliber problem da liegt da oben camper raffaela nein ich muss nachladen das ist scheiße ja klar nachladen ist ein arschloch aha 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 tschüss nein was tut mir leid ich habe ich habe ich war gerade am heilen die schritte hören sich sehr nah an ich hatte nur noch eine kugel drin und er kommt dann mit der raffi kaum merken nicht nachladen ich habe auch nicht auf automatik gehabt die bügel ich habe eine waffe mit der muss man nicht so oft nachladen das schön alter schwede hallo ich höre schon wieder irgendwo er kommt da oben auch die ganze zeit also es ist ein richtiger lümbelbackel er da hey ach komm danach mache ich noch eine runde das kann ich so verstehen ja wer sitzt denn da jetzt drinnen wer ist einfach die hallo hallo klick 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 haaaaaah scheiße oh schönes häntchen wach ah die raffiker voll gutes ich habe vorher auf die andere waffe gewechselt die nicht geladen war das war ein bisschen los gott sei dank schießt schlägst du luftlöcher hier ich glaube ich habe schon wieder den kack heilback muss ich hier eigentlich von des box des box setzen um hallo hallo ich hab den heilback ich krieg kein ich mann ich würde gern mal wieder lebenspunkte regel ich glaube ich habe weiß ich nicht unendlich antibiotika geschluckt damit ich und krieg keine lebensenergie mehr ich muss mich wie so ein junkie musste ich mich von schott zu schott und schmerz mit schott zu schmerzmittel schott hangeln ich häng fest ich hängte auch mann die ist schön hier lass mich nachladen jetzt kannst du kommen aber du darfst nicht stolpern sowie das bei mir aussieht wenn du dir einen splitter ziehst jetzt stirbst du ja ich weiß oh ah es sieht doch ganz nett aus ich weiß ich weiß ich weiß er hatte nicht mehr viel ich bin da gespawnt hallo da ist der spawnpunkt die spawnpunkte sind hier manchmal es ist dreierseibe und ich halte name of the game is vigor it's free to play on ps playstation xbox and switch and early access for 20 bucks on pc die kamen getten skin skin pack hallo das geht um leben und tod nix mit entspannen da kommt er da aus dem ballerwagen rauf was habe ich denn hier für ein scheiß spawn alter die ich höre hier schon den ersten hier ganz besonders schön ist es wenn man erschossen wird oder einer schießt und der spawnt der spawnt hinter einem ich lass dich auch nachladen der spawnt Sorry. Gut gemacht.